Herzlich willkommen zum Videotraining Grundlagen der Typografie. Ich bin Christoph Lux und nehme Sie mit auf die Reise durch die Schriftgeschichte und alle modernen Anwendungen der Typografie. Als Grafikdesigner stehe ich täglich vor der Aufgabe, für ein Designprojekt eine passende Schrift auszuwählen und anzuwenden. Welche Type passt zum Inhalt? Jede Gestaltung für digitale Medien- und Ruck-Erzeugnisse ist eine neue Herausforderung, der ich mich zusammen mit meinem Team bei Cognos Design in Marburg stelle. Darüber hinaus entwerfen wir für Kunden auch ganz individuelle Schriften, so zum Beispiel die Schrift der Navigationssysteme der Volkswagen AG. Das Videotraining ist so konzipiert, dass Sie als typografischer Laie Schritt für Schritt durch die Grundlagen geführt werden. Auch wenn das Thema zunächst etwas sperrig erscheint, werden Sie schnell merken, welche Faktoren für eine gute Typografie wichtig sind. Freuen Sie sich auf eine spannende Reise durch 2000 Jahre Schriftgeschichte. Jede Epoche der Schriftgeschichte hat eine eigene Stilistik hervorgebracht, die sich bis heute in traditionellen und modernen Fonds widerspiegelt. Neben dem Fachvokabular rund um den Schriftsatz lernen Sie mit diesem Videotraining, wie Sie Schriften unterscheiden und die wesentlichen Merkmale einer Schrift erkennen. In der Typografie fragen wir uns bei der Gestaltung, wer spricht zu mir? Wenn wir ein Poster, ein Magazin oder eine Website betrachten, so ergibt sich aus der Typografie eine visuelle Stimme, die zu einem markant und aufdringlich und zum anderen zurückhaltend und seriös den Betrachter anspricht. Anhand von typografischen Porträts möchte ich Ihnen einige ausgewählte Schriften als Persönlichkeit vorstellen. Jede Schrift wurde ursprünglich für einen konkreten Zweck entworfen, zum Beispiel die Beschilderung einer U-Bahn. Was man jedoch heute mit dieser Schrift anfangen kann und was nicht, stelle ich Ihnen in diesem Teil der typografischen Porträts vor. Neben den grafischen Gesichtspunkten der Typografie bekommt auch die Lesbarkeit Ihren Platz in diesem Videotraining. Heute nennen wir das Usability, also die Gebrauchstauglichkeit von Schriften. Der Lesevorgang ist stets derselbe, jedoch kann ich mit guter Typografie zum Textverständnis beitragen. Wesentliches wird anhand von Auszeichnungen vom Unwesentlichen getrennt. Das Videotraining rundet ein ganz besonderes Kapitel ab, die typografischen Scheußlichkeiten. Teils aus Unwissenheit, teils aus Mangel an Orthographie belästigen uns täglich diese misslungenen Versuche an der Typografie. Ich möchte Sie anhand dieser Beispiele sensibilisieren, um mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Gehen Sie bei der eigenen Anwendung der Typografie mit gutem Beispiel voran. Ich wünsche Ihnen im Namen von Video2Brain viel Vergnügen und freue mich auf Ihre Meinung zu diesem Videotraining. Viel Spaß!